Wir leben in einer Zeit, in der eine ausgewogene Ernährung eine immer größere Bedeutung gewinnt. Immer mehr Supermärkte bestücken ihre Kühlregale mit frischem To-Go-Food. Hierfür bietet die Vicon das nützliche und handliche Einwegbesteck für unterwegs. 2002 wurde von Vicon erstmals ein Deckel mit einem integrierten Klapplöffel für das isländische Molkereiprodukt Skür entwickelt. Durch den Erfolg dieses Produktes mit beigelegtem Klappbesteck motiviert, übernahm Vicon die Entwicklung für den modernen Convenience- und To-Go-Markt ausgestattet. Vicon – Ihr Lieferant für funktionelle und handliche Klapplöffel, Klappgabeln und Klappgöffel.